Ich brauche hier auf der Stelle einen LPS-T! Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Rebellen fiel und terminiert! Wir haben Boba Fett zur Unterstützung rekrutiert. Ihre Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angrave ihrer Y-Wings zu verhindern. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Vor Marsch fortsetzt. Ich brauche hier die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. σωk Die Rebellen haben die Uplinkstation übernommen. Wir müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Die Rebellen werden die Uplinkstation übernommen. 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 Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Die Rebellen haben Wiring-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Uplinkstation deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Erbitten ATF die Unterstützung. Scoutläuter ist einsatzbereit. Wir haben Bower-Fett zur Unterstützung rekrutiert. Rebellen-Uplink offline. Auf den Kahlangriff! Gebiet Räumen! Verdammt, Raketenerfassung! Sprengschiff zerstört! Schiff, wir teilen, knall ab! Feindliche Einheiten in Reichweite! Haltet die Augen nach Skywalker offen! Der Jedi wurde in der Nähe eurer Position geordnet! Sprengschiff Plante Sprengschiff Sprengschiff Siv Untertitelung des ZDF, 2020